Grüß Gott und Servus beinahe bei einer neuen Folge Allgay Moa Projekt. Ja, alias YouTuber Projekt, natürlich Mitarbeiter Gorsi und ebenso der Benni und der Jan. Ja, wir häckseln weiter. Gorsi ist jetzt mein neuer Abfahrer, jetzt haben wir quasi innerhalb einer Folge oder innerhalb von zwei Folgen drei Abfahrer durchgewechselt, jetzt werden wir mal schauen, welches am besten kann. Aber ich habe einen heißen Favorit für Platz drei. Und er hat es nicht geheißen. Und auch nicht gern. Es ist Trommelwirbel Benni. Glückwunsch. Du kriegst eine sauerne Kartoffel, das ist der Preis. Und wieviel kmh ziehst du denn da gerade mit dem... Was wie? Mit dem MB-Trag, wieviel kmh? Zwölf. Wingen bei dir nur? Zwölf. Mhm. Ernsthaft? Jo. Ich habe gerade eine bei mir eingestellt gehabt und bin mit dir weggefahren. Ne? Ja, irgendwie drückweit. Schauen wir mal. Jetzt muss es passen, oder? Du fährst jetzt zwölf. Jo. Hast du vielleicht ja schon dir mehr Power als der Case hier? Also ich fahr jetzt zehn. Ist der Ernst? Geil. Hey, vor jetzt 18 und jetzt zwölf. Ich mach keinen Unterschied. Na ja. Wird zum Wissen. Na ja. Oh, da oben ist jemand. Oh, da oben. Oh, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, wir kriegen gleich Besuch. Gott sei Dank nicht. Und zwar vom Marius. Der war gerade hier unten im Channel. Dacht schon, der springt zu uns rein. Aber wenn wir in der Aufnahme sind, wohl eher nicht. Gott sei Dank gibt es Leute, die das bemerken. Da nehmen wir mal nicht in der Aufnahme Folge drin ist. Im Aufnahme Channel. Es gibt ein paar Folgen, wo das Paradebeispiel durchgeführt wird. Da kommst du. Zu zweit, zu dritt. Jo. Ich sehe es. Jetzt gibt es wieder den. Ah ja. Super. Okay. So, meine Theorie ist. Da ganz kurz Marius da war. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er das eingestellt hat. Ja, oder Chris. Chris, der ist nämlich reingekommen. Ja, Chris. Ja, Chris. Genler hat es editiert und... Ja, aber... Der Chris hat keine Admin-Rechte. Und Marius, ja. Ja, und... Wie konnte der dann bitte in den Ding reingehen? Weil bei mir steht jetzt in der Übersicht, Channel-Aufnahme-Mod-Vorstellung. Wer stört, fliegt. Äh, Mario, wartest du mal auf mich? Bula. Ich dachte so. Ähm... Wurde von Chris editiert. Ach so. Das steht bei mir. Okay. Und dann Chris hat die Verbindung getrennt und dann danach Marius hat die Verbindung getrennt. Ach so, okay. Und dann hat sich der Chris wieder eingeloggt. Ja, das ist jetzt so. Der PS-Besitzer heißt auch Chris, aber der hat normalerweise einen anderen Nicknamen. Der Chris... Kann ja fast nur Blacky gewesen sein. Oder... Eifler. Ich glaube, dass es da Blacky war. Aber... Du verstehst trotzdem nicht, warum der Admin-Rechte hat. Kann er eigentlich nicht. Er hat nur Supporter-Rechte, hab ich geguckt gerade. Naja, wir hatten jetzt das angepasst. Marcel hat das, glaube ich, wieder angepasst mit den Admin-Rechten. Denn das... Also damals konnten ja Supporter irgendwie auch teilweise Admin-Rechte nutzen. Das war nicht gescheit eingestellt. Das ist jetzt aber verändert worden. Und das müsste jetzt eigentlich wieder passen. Deswegen wundert es mich. Dass er überhaupt was machen kann. Jan? Ja? Und geht's dir eh gut? Mir geht's gut. Na, ist klar. Warte. Warte, Leute. Was da los? Das macht's mir schon wieder. Der jagt mich gleich schon. Ich steh das auf meine Tonne und tschüss. Das wird nicht gut. Und tschüss. Mare. Schaust du eigentlich mal, wo ich bin oder nur wo du fährst? Ich bin so konzentriert darauf, dass ich perfekt vorerst komplett vergiss, wer hinter mir ist. Ich glaub der sucht uns. Persön in Perspektive oder was? Ja. Ah. Dass das perfekt passt. Und mit GPS oder was? Ohne. 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 Ohne, ohne, ohne. Zauber. Und das ist für mich nur bissl... Jetzt sieht man's. Ich wollte's grad sagen. Sauber. Der wird direkt sauber mal hier ab. Was nutzt du jetzt eigentlich mit vier Reihen ungefähr? Naja. Das war schon. Durch diese Doppelreihe hast du ja mehr. Ein bisschen mehr. Naja, ich fahr jetzt mal mit GPS, also nicht mit aktiviertem, sondern passiven. Okay. Dann seh ich mir irgendwo da in der Mitte die Linie durchblitzen und kann mich ein bisschen orientieren. Man sieht's ja sonst eh nicht. Aber dann kann ich gut mit der Innenperspektive fahren. Hm. Und das bockt. Richtig. 1, oh. So, da, da. Ja, perfekt. Sehst du das einmal wie das Gag, gell? Mhm. Wie das ein Profi macht. Also Jungs, könnt ihr euch dann die Folge mal anschauen, dass ihr wisst wie das richtig... Genau. Wir haben eh schon wieder fast die Hälfte vom Feld, gell? Oder haben die Hälfte ja noch nicht. Ja, ziemlich. Das mit dem Anbau häxeln. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber viel geht da echt nicht raus. Ja. Kann man jetzt mal so sagen. Also, vielleicht haben wir jemanden, der spritzfreudig ist. Die dürfen wir spritzen. Nein. Was? Kann ich machen. Warum nicht? Wir haben so viele, so viele Felder spritzen. Das würde ich nur mehr aussehen. Mit der ganzen Silagen. Essen. Essen. Essen für Kür. Du, Essen. Ja. So, die Frau geht einmal zum Silo, tut was im Topf, steht am Tisch und sagt guten Hunger. Was essen. Ja, kann man mal machen. Also, ich glaube jetzt, ich brauche Silage jetzt nicht unbedingt am Essenstisch. Okay. Ja, bestimmt. Ja. Ja, wäre ja was gewinnen. Dann doch lieber einen schönen Leberkäse. Ja, ja, der gute alte Leberkäse. Aber ich muss sagen, ich habe kein einziges Mal Weißwurst gegessen. Das wäre auch fast nur was für heute. Äh, hast du schon mal auf die Uhr geschaut eigentlich? Ja, ich weiß schon. Also, die dürfen uns zwölf vielleicht nicht hören. Ja. Aber, das kann man auch auf zwölf in der Nacht sagen. Ja. Na, also echt. Doch. Also, ein richtiger Bayer isst die Nacht zwölf nicht mehr. Das ist ja. Das ist ja. Das ist wie abgelaufen. Das ist was zum Frühschoppen, aber nicht zum Abendessen. Ja, ich weiß schon. Ja, aber ich komme ja nicht mehr in der Früh ins Kopf haben wir. Erst wieder nach Simi. Ja, aber dann isst du lieber einen schönen Oberarzt oder so. So was geschmeidigst. Oder eine gescheite Wurstplaten. Ich habe jetzt 25 Jahre. Ja, oder so. Was? 25 Jahre. Ich weiß nicht, was die kostet. Keine Ahnung. 15 wahrscheinlich. Die meisten Gerichte kosten 10 bis 15. Ja, übrigens kann ich gleich was Storys erzählen. Wie gesagt, Ausstellung bin ich jetzt ungefähr drei Viertel. Oder ja. Doch, drei Viertel bis zwei Drittel habe ich eigentlich angeschaut. Alle wichtigen Marken. Sowas wie Kubota oder mit Comic war ich jetzt nicht. Weil es bisher noch nicht in dem Bereich war. Auf jeden Fall habe ich zweimal Abonnenten getroffen. Das erste Mal gleich am Donnerstag. Und das zweite Mal am Samstag. Den Lukas und der andere, was ist Flo, genau. Aus der Nähe kann man sagen. Und ja, man trifft schon ein paar Leute. Sagen wir es mal so. Vor allem bei uns, wenn man doch einige Bauern kennt und ein Haufen Leute vom Seng. Dann trifft man immer wieder ein paar bekannte Gesichter. Ja. Es haben mir so viele Leute schon geschrieben unter meinen Videos. Unter den letzten. Wann bist du Karpfarm? Wo bist du Karpfarm? Und, und, und. Ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich nur ein Werder Tag gewesen wären, die mich zum Beispiel schauen oder mich abonniert haben. Aber, das Karpfarm ist so riesig. Und wenn ich weiß, ich schaue gerade Ausstellung an, dann ist der auch riesiger. Und ich musste ja alles einmal sehen. Ja, und ob sie dich dann ansprechen? Und ich habe mich so gut getarnt. Ja, ich war mit meinem Cousin, mit meinem Paar unterwegs und haben uns ein paar Sämaschinen nachgeschaut. Und da kann man sich einfach so gut tarnen mit seinem weiß-grün karierten Hemd und der Lederhose. Und das ist einfach der Wahnsinn. Neben, im Lämmkennstand. Geh, beim Lämmkennstand. Alles in blau. Okay. Das war schon nicht schlecht. Baro, was tust du da? Ja, die Reihe fertig machen. Das waren nur 20 Meter. Meine Güte. Jetzt schafft Zeiten. Ja. Zies in Ruhe. Ui, 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 ui. So. Was war denn das jetzt? Oder bin ich da fertig? Hm? Ich habe gerade den Mega-Lag gehabt. Ich stelle gerade fest, dass ich so gut weggehe. Rechen Sie nicht bei Regen oder Hageln. Passt geil. Oh Gott. Feierarm für den Benny. Du siehst das. Benny, pick gut. Der räumt mich gleich wieder hin. Ich habe schon wieder so Angst. Ich habe gedacht, dass der am Groben ist. Nein, das ist der. Ich habe gerade irgendwie verpeilt. Naja. Was hat er mir vorbeigefahren? Das war ein zweiter Abfahrerrecht. Uah. Eck. Tut mir leid. Ich brauche das Licht. Ja, das ist schön für dich. Wenn ich das jetzt auch noch mache. Alter. 40 FPS teilweise noch. Bist du weg. LS. 1060. Oh Mann ey. Was hast du jetzt? Die 1060er wieder drin? Ja. Jetzt legst du es wieder komplett. Bist du weg. Also in die Richtung vom Drescher habe ich 40 FPS. Wenn ich in die Richtung. Wenn ich hoch schaue ans 130. Kannst du weitermachen? Weiß nicht. Was ist das denn mit hier? Ja, da freue ich mich doch auf den LS17. Oh. 247 haben wir. Jawohl. Du kannst das nur mal probieren mit dem Dreschen, gell? Jawohl. Das ist furchtbar. Ich... Was leckt denn das in der Richtung so? Das ist der Hof. Das Licht ist an am Hof. Was am Hof? Am Hof ist doch kein Licht. Da hatte jemand Licht an. Ich hatte Licht an, ja. Hardtest. Ja. Jetzt aber nicht mehr. So. Jetzt schau ich mal ein bisschen. Wir haben 130.000. Der Tracker wäre noch schön, der mal was zieht. Ich würde sagen, wir kommen ungefähr auf... Ein gescheiter Drescher. Ein gescheiter Drescher. Ein gescheiter Drescher. Ein gescheiter Drescher. Und ein gescheiter Äckseler. So. Ich warte jetzt nur bis der Benni da fertig ist und dann werde ich abfahren und dann ist die Folge eh zu Ende. Ja. Ja. Hallo. Fährt der einfach los? Was geht denn ab? Wer denn? Ich stehe im Kästern und dann fährt der einfach los. Achso. Ohne dass ich irgendeine Tasten drücke. Herrlich. So. Wo ist denn nunme unser Lager? Welches? Haben wir das Lager auf dem Hof? Das ist doch da beim Händler da drüben. Das schwarze. Ah, 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 ja. Haben wir noch was im Hoflager? Das ist unser Hoflager. So. Und da ist auch was eingelagert. Ja. Willst du nicht mal Raps verkaufen? Raps ist bei 2170 und Weizen bei 1100. Was? So viel? Spielen wir auf leicht oder was? Auf leicht oder? Das kann nicht. Kann ja nicht sein. Ich weiß nicht, wer das Spiel erstellt hat. Na, das stimmt. Ja, nur beim... Ja. Wir reden ja vom Raps. Das ist schon klar. Das ist der Raps bei 2000. Bei den Weizen an 1100. Ja, aber nur bei der Beifahr. Ja. Schau dir mal die Preise beim Billinger an. Das ist ganz komisch. Soll ich ein bisschen was wegfahren? Dann kriegen wir ein bisschen Asche rein. Können wir einen neuen Häcksler kaufen und einen neuen... Ich sag's mal so. Weizen. Okay. Und die Preise sind gesunken. Echt jetzt? Ja. Während ich im Screen bin. Mach mal langsamer. Mach mal langsamer. Du hast die Zeit auch noch plus 15. Ja, aber es ist immer noch für Raps 2,1 bei BayWa. Ja, 2,1 bei Raps. Zuckerrüben haben wir jetzt. Das bringt uns nicht viel. Ja, da haben sie schon ganz schön gute Preise bei der BayWa eingestellt. Ja, ich glaub Weizen schon nicht. Wir könnten aber mal wegfahren, weil Weizen ist da. Jan. Jo. Machst du die Sachen immer nur zum Viertel fertig und dann fährst? Ja. Ich hab dich nicht verstanden, Benni. Was hast du gesagt? Fangst du die Sachen immer an und dann fährst, wer? Bist ja fast besser wie ich als Mitarbeiter. Aber nur fast. Ich glaub irgendwie so was gemeint wird, ob du die Sachen immer nur zu einem Viertel fertig machst. Habe ich das richtig verstanden? Richtig! Schei her! Äh, so halb. Schi halber ist besser als Viertel, Benni. Okay, du machst nur 10% von Geld und dann kurz. So muss das sein. Was macht's denn jetzt alle? Äh, ich fahr jetzt meinen Case rüber zum Getreidelager. Und ich verkaufe einen Drescher. Ich dachte wir fahr jetzt Getreide weg, dass Geld drankommt. Ja. Deswegen muss ich sagen, ich bin gerade Anhänger am Hof. Ach so und häckseln gar nix mehr. Nach welchen Wochen wir noch alles zum Viertel fertig und dann. Ja. Hier wäre noch ein halbes Feld. Wo ist denn der, wo ist denn der Händler? Ähm, auch beim Getreidelager da in der Richtung. Die Baywar? Bei dem hellen grünen Punkt. Der Händler? Ach so, der Händler. Der Benni hat mich gerade nach dem Händler gefragt und der ist bei dem hellen grünen Punkt. In der Tat. Und für heute sind wir durch. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.